So Leute, erstmal herzlich willkommen. Wir spielen hier weiter. Falls du den ersten Part nicht gesehen hast, empfehle ich dir sehr, das jetzt auf jeden Fall nachzuholen. Ein unfassbar tolles Game mit einer unfassbar coolen Story, vielen Plot-Twists. Wir sind alle ganz aufgeregt und gespannt, wie es weitergeht. Ganz liebe Grüße aus dem Live-Chat, der gerade dabei ist. Kommt gerne vorbei auf diesem Link hier, würde mich sehr freuen. Und wir versuchen jetzt aus der Stadt zu entkommen, mithilfe eines Autos. Und ja, ich hoffe, das werden wir schaffen. Ich glaube, es wird jetzt auch gleich eine wilde Sequenz geben, aber das werden wir gleich sehen. Über Daumen nach oben, ich bin sehr froh im Abo auch. Und dann rieten wir mal wieder rein. So. Uh-oh. So, hier sind wir stehen geblieben beim Türenklingeln. Da ruft jemand an, da ist jemand unten. Oh je, sie ist es. Nein! Oh je. Oh je. Ja. Hey, who's Kendra? My stupid boss. She's coming up. What do I do? Get rid of any compromising material, Angela. Oh shit. I'll help you think from here. Oh shit, muss alles loswerden, die Post-its. Hat sie vorhin schon gesagt. My escape plan. Do you have it written down somewhere visible? Oh Gott, muss ich jetzt alles abmachen? Oh Gott. Oh Gott. Girl, keine Zeit. Angela. Oh je, oh je, oh je. Wie lange habe ich denn Zeit? Oh shit, das kann doch nicht so lange dauern. Oh Gott, war noch irgendwo was? Ja, entspann dich. Was ist, wenn ich nicht aufmache? Oh Gott, shit, ist das ätzend, ey. Okay, so, jetzt habe ich hier aber alles weggemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was gibt es hier noch so? Zumachen. Das passt. Oh shit. Hey, Kendra, how did you get in here? Well, all Supervisors have access to their employees' apartments. Shit. Just in case. Ist einfach reingekommen. Why didn't you open the door? I thought something happened to you. Uh, I was going to, but you were faster. Do you mind if I take a look around? Nein, das ist so unverschämt. Around my apartment? Yeah, it'll just be a second. Okay, I guess. Suit yourself. Shit. Wisst ihr, was ich mich halt frage? Warum wird meine Wohnung nicht überwacht? Ah, stimmt, die Katze, ne? Wo ist die eigentlich gerade? Oh shit. Shit. Oh shit. Shit. Ah, okay, gut. Geht das nicht schneller? Ach so, ich muss wahrscheinlich gar nicht die Tür öffnen, ne? The Computer Shutdown, ja. Let's go. Guter Punkt, sir. Angela! Oh, du Gott, Hilfe. Auf die Post-its, ne? Post-its. Die brauchen halt so ewig. Das kann doch nicht wahr sein, dass es so lang dauert. Oder? I can hear you in there, Angela. Oh, it's gonna take me forever, to get rid of these sticky notes. Can't you just cover it all up somehow? Ah, hier, das muss auch noch weg. Oh shit. Genau, die Mappe. Sehr gut. Open it now. Door lock override. Oh shit. Hey, Kendra, how'd you get in here? Shit, I can't do anything else. She's gonna see me. Just in case. Why didn't you open the door? I thought something happened to you. Uh, I was going to, but you were faster. Shit, I can't do anything else. She's gonna see me. Shit, ich hätte, glaube ich, die Rollläden runterlassen können. Und dann hätte sie's nicht gesehen. Okay, I guess. Suit yourself. Hey, what's that in the window? Ach, scheiße. Ja, Schalosin runter machen. Good point. Verdammt. Oh Gott. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Also wirklich. Wie dumm ich aber auch bin, dass ich das alles irgendwie so offen zeige, ne? Muss ich ja auch mal ehrlich sagen. Angela. Okay, ich glaube es habe ich aber alles, ne? Ich glaube es habe ich alles. Ja. Oh Gott, das ist nervig. Okay, ich glaube jetzt haben wir alles weg, oder? Ich hoffe oben ist nichts mehr. Gucken. Ich hätte so Angst, dass ich in die Treppen hier jeden Morgen runterfalle. Oh, mein Gott. Das ist kein Problem. Meine dicke Katze. Das ist noch dein persönlicher Touch für Chaos, doch. Danke. Ich denke... Das ist kein Problem. Du siehst nervös, Angela. Ist alles okay? Ja, wirklich. Das kann man auch mal sagen. Good point. Okay, ist nix da. Kannst du bitte gehen? Das ist so unverschämt. Du bist so unverschämt? Du hast nichts, was zu schützen, oder? Oh, sind wir ein bisschen paranoid, Kendra? Ich hoffe es. Oh Gott. Als ob sie hier jetzt irgendwas findet, ne? Oh nein. Ganz schön. Also es wird mich so ankotzen. Das wäre furchtbar. Das ist so ein Eingriff in die Privatsphäre. Stresst mich richtig. Nein. Ich habe noch eine Frage. Angela, answer it and be honest. Are you the one helping Trevor Hills escape Arcadia? No, I am not. Have a nice evening, Kendra. Ja, sehr gut. Shutdown. Boah, ist das offensive. Fuera de mi casa. Sounds like everything went sort of okay, huh? Sort of. I owe you one, man. Wait, you owe me? Come on, Angela. No, really. Thank you, Trevor. You're a good guy. Okay, well, I am going back to my computer now. Ich würde erstmal die scheiß Post-its abmachen, aber auch wenn die mich eh auf den Schirm haben, werden die das ja eh alles finden. Also, so ein Schwachsinn. Na ja. How's everything going on your side? Good, good. I think I'm reaching the suburb area. Oh, schön. Die Stadt wird crazy. When you see the Adam Arena Stadium on your left, drive past it and take the next exit to the suburbs. Hey, Angela, I was wondering, how is it possible for the Arcadia Adams to play against teams from the outside? Oh, all players are NPCs, non-protagonist characters. Ah. People who live inside Arcadia but are part of the show, like Vivian. Ach so. Next topic, connection with Arcadia-born citizens. Now, you've been given some plot points by the story team, but engagement is critical in here, specifically with the ones in your assigned network. Ordinary lives are not interesting by themselves. We gotta make sure that things happen. Yeah. That's good for the audience, for your assigned citizens, and in the end, for you too. That's what you, what we are in here for. To be their shitty bosses, their rivals or BFFs. It all depends. And, who knows, maybe even their spouses. Wow. It's not common, but it has happened. Oh, my God. I mean, I consider myself as the first NPC in Arcadia. Well, not actually the first one. I'm not that old. But the thing is, the story team would never ask you to do anything that I wouldn't do myself. Oh, my God. It means that in this city, there are some people in the city who don't know, that it's not a real city, that they are in a TV-live show, that they find a partner or a friend, um some kind of crisis in the relationship and co. to trigger. And what I think is, maybe it's just... Oh, Stasi-Methoden. Crazy. Verrückt. Truman Show. Maybe it's also she a NPC. Or he. That's also a plot twist. If he would be a NPC, if he would be a NPC, or she would be a NPC, or she would be a person, um us to the new Superstar to make, because of the... Because of the... Because of the... And it's just all live streamed. We know it's not. So much fun. So if you've ever wondered why everything goes well for the absolute jerks, egomaniacs, and obnoxious people in the city, now you know why. Well, that explains some things. I bet that Romano, my supervisor, was one of those. Could be. I don't know. I only have access to my assigned citizen grid. But, you know, George Bernstein, your neighbor? He was in cahoots with the show from day one. Not Mr. Bernstein. I've known him since I was a kid. Yeah. I must have the fullest of NPCs somewhere, so if you want, I can send it over. No, no, no. There's no need, really. You've revealed quite enough of Arcadia's intricate lies for me today. Yeah. Yeah. Voll schön. I have to say, unfortunately, it's a very beautiful town. Hey, Angela. I'm beginning to hear that noise again. Oh, oh. It's still distant, but... Alright, alright. Uh, keep driving until you can't drive it. The jingle, that's the jingle. This is horrible. It's hard to describe how it sounds. Well, immer wenn wir es verlassen wollen. I can't. You have to, you have to do it. I'll take control now, Trevor. Don't worry. Okay. Okay. Nice. Can I log in? Look at that. Those things that look like comm towers. I think I saw some at the checkpoint too. Yeah. You're definitely right. Must be transmitters or something. It's even louder than it was at the checkpoint. Oh, god. I can hear it even if I cover my ears. Oh, god. Furchtbar. Okay. Now we have to cross that area. Do not touch the steering wheel or the brakes. Please. As if I could. It's hard for me to even blink. Oh, god. Oh, god. Oh, god. They're tearing my brain apart. Hold on. Hold on. Just a little longer, Trevor. Oh, god. We're almost there. We're almost there. We're almost there. We're almost there. Is that the thought? How do you feel now? Like, I had the biggest damn magnet inside my head. It's someone was pulling on it. But I'm better. I feel better. I feel better. Oh, it's so fun. You think you could drive now? Yeah. Yeah, I think so. Good. Good. Okay. We're out. Woo. Freedom. Don't say it. Don't say it, Angela. Last time you jinxed it. Yeesh. Okay. But you're out of the transmitter zone, so what could go wrong now? I've been involved in high-speed pursuit for years. I'm not scared of it. I study the road layout, carefully cover all the exits, register everything in a 10-mile radius, and calculate every possibility. I can't afford myself to fail. Not while I'm on duty. Uh-oh. Jet 392, stop the car immediately, or face the consequences. Son of a- the interceptors are here! Knew it. Jesus, I knew it! Trevor, step on the gas! These guys are crazy! Oh, god! Kill me! Really close, Trevor, just a few miles ahead! They're pressing me off the- Oh, my god! Trevor! Oh, shit. We- we didn't see that crashing. Yeah, there's a lot, you didn't see. Doesn't mean it didn't happen. Ach, die haben alle zugeschaut. See these wounds? Let's say I was lucky to survive a crash at 95 miles per hour. And that was only the first car crash of the weekend. Ah! 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 Oh! Oh, Jesus! Ah! Angela! Where am I? Angela? Angela! Angela! Ah! Ach, where am I? I can't! Oh shit, I lost my earpiece. Ich glaube, wir sprechen mit Leuten, die die TV-Show auch geschaut haben. Und wir erzählen denen jetzt davon. Ich muss'n. Ich helfe, aus. Ich muss'n. Ich muss'n. Ich muss'n. I muss'n. Ich muss'n. Eigentlich wäre es am besten, wenn sie jetzt faken würden, dass ich tot bin, mit einem anderen Körper. Und dann könnte ich abhauen. Gott, ey. Schrecklich. Ich weiß nicht, warum die keine Nase haben, ist der Stil des Spiels. Furchtbar. Ja. Fack mich mies. Au. Shit! Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit! Oh, shit! Das finde ich mal einen authentischen Sturz. Da merkt man richtig, wie weh ich es getan habe. Oh Gott. Man hat immer so das Gefühl, man geht so weit weg und die sind trotzdem überall. Oh Mann, ich bin in Mood. Oh shit. Nasen sind überbewertet. Die leben halt in der Vergangenheitszukunft. Da haben schon so viele Leute ihre Nasen-OPs so oft operiert, dass die Nase abgefallen ist. Oh shit. Oh mein Gott, wie hat er das ge- Alles Voldemorts. Die Stimmen sind echt voll authentisch. Ich glaube, der hört mich auch, ne? Wenn ich durchs Wasser stapfe. Oh Gott, Hilfe. Oh scheiße. Muss jetzt tauchen. Oh Gott, das hört der nicht. Äh. 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 Oh Gott, ich bin doch so laut. Okay, mir soll es recht sein. Und weiter schwimmen. Äh. 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 Der schaut ja auch lang, oh Gott. Oh Gott, das ist unangenehm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Als würde der Sack wissen, wo ich bin, ne? Wow, wow, wie gemein! Oh Gott. Ich hasse es. Dann bin ich eigentlich draußen hier. Oh Gott, die haben doch bestimmt so ultra-rot-shit. Oh, scheiße. Das war so klar, ne? Oh Gott. Das haben die natürlich sofort gesehen. Oh mein Gott, wie die nach mir suchen, ist ja furchtbar. Okay, Konzentration. Ja, lauf, lauf, lauf. Oh, shit. Ich bin tot. Das ist aber dirty hier. Oh, shit. Oh, shit. den muss ich 100 pro mitnehmen alles gut wo muss ich da hin hier bleiben ok auch gottes ist furchtbar es ist einfach nur furchtbar ich muss den wagen mitnehmen ok ich muss den block mitnehmen und die haben den wagen mir einfach hingestellt das ist aber nett ich bleibe jetzt hier sind aber wirklich npcs so wie sie hier gerade verhalten ok ich bleibe noch mal kurz hier jeet oh shit oh gott hilfe oh gott hilfe aah shit ah das war ganz knapp ich muss noch besser timen ne oh verdammt geträumt ein schuss reicht oh mein oh nein jeet oh gott oh gott ihr schweine echt war das knapp wo ist denn eigentlich sie sie hilft mir überhaupt nicht oh shit wo ist sie denn warum ist sie gerade nicht da und hilft mir oh gott hilfe die ganzen update die kann ich nicht ein bisschen schneller laufen ey der typ kann halt echt nicht zielen das ist wie als wenn ich da drin sitzen würde oh gott hilfe ist das ekelhaftes gefühl oh gott was tun die jetzt schön dass sie mir das mitteilen was sie machen was muss ich tun oh gott hilfe muss ich jetzt wieder zurück oh da komme ich doch nicht hoch ne shit oh ich bin durch den boden geklitscht muss ich da irgendwas mitnehmen was mich leave me alone ach shit sie schießen direkt wenn ich reingehe kacke weiss nicht mal was ich machen muss weiss nicht mal was ich machen muss weiss nicht mal was ich machen muss oh ok krass ok krass es war einfach nur ätzend es war einfach nur furchtbar furchtbar ätzend ok kann ich schieben kann ich da dann irgendwie hoch muss ich da dann irgendwie hoch und dann muss das eigentlich jemand hoch drücken ne theoretisch eigentlich nicht irgendwie ah ah da muss das hier oben wolltest du hier reinschieben ne ja ich muss es da reinpacken ich weiß nur noch nicht wofür ich weiß nur noch nicht wofür ok und jetzt muss ich das wieder anschieben dann muss ich das nach rechts packen und dann hoch tun ne bin ich zu spät oh alles gut ihr könnt euch das ja sonst auch auf dem Zweitkanal anschauen weil wir haben uns nämlich hier im Chat verabredet äh verabredet um 10 Uhr morgens am Samstag und da sind ein paar haben lang zu lang geschlafen aber deswegen lade ich das ja immer alles für euch auch auf den Zweitkanal hoch auch ah Sonntag sorry Sonntag stimmt's Sonntag Sonntag ist ja noch schlimmer sorry wie wie können die Leute hier überhaupt finden finden obwohl ich wüsste, dass dieser Ort von Arcadia viele Besucher mhm oh ah no oh Gott so die wissen jetzt trotzdem, dass ich hier bin das heißt wenn ich hoch komme werden die halt trotzdem alles tun um mich fertig zu machen und ich frage mich also redet sie nicht mehr mit uns weil sie unser Signal wahrscheinlich verloren hat als wir den Unfall hatten hm ah ah das ist ewig ewig lang ewig weit jeet ja also ich glaube, dass die wahrscheinlich gleich wiederkommen werden die Kandidaten hier hm ah es ist ein Schuss hier ich könnte wirklich Angelas' Abilität kontrollieren und manipulieren ja aber wirklich ich weiß nicht ob das hält den ganzen Weg zurück das bin ich dachte grad hier läuft jemand ok ja das hält ja also ich muss fast sagen würde mich nicht wundern wenn Angela ein NPC ist und das alles nur macht damit wir und der andere der eigentlich tot ist hat auch nur mitgespielt wisst ihr was ich meine? würde mich nicht wundern ich glaube ihr wisst was ich meine wie mache ich denn das jetzt ich glaube fast das ist es ich glaube das ist es sie ist auch ein NPC und wir sind am Ende ähm wirklich einfach nur das äh wie soll ich sagen ich kann es nicht anlocken ach ich kann es nicht anlocken ach ich habe die Kopfhörer verloren genau und dass sie das nur macht damit wir ein bisschen mehr Einschaltsquoten haben ich bin nur so die Marionette Wunder Pro ich werde mit euch obwohl sie ist ja auch bei der Befragung ne eigentlich kann es ja nicht sein sie ist ja auch bei der Befragung ich bin so gespannt was rauskommt am Ende ich weiß nicht mal ob wir uns gegenseitig vertrauen können oder ob ich am Ende doch wirklich nur eine KI bin die gar nicht existiert eigentlich dein Pech dass der runtergefallen ist was? boah wissen die das schon wieder? Hilfe lauf oh lauf du hast es gleich geschafft ja 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 ich bin fast da ich habe es endlich geschafft ah besser nicht so in Sicherheit wiegen um Gottes willen oh da ist die Kuppel ist ja wie bei Simpsons der Film wie soll ich da rauskommen ist ja aussichtslos da ist ein Exit da ist ein Exit schwimmen scheiße scheiße oh shit es ist 10 392 10 392 es ist nicht zu etwas schrecklich einfach und zurück ok 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 es ist okay ok es ist But if you want to make sure that nobody leaves this city, I am your man. Geil, die Vorstellung von ihm. We got 10392. We're bringing him to the core. Jetzt noch ne geile Stimme. But how does the dome get enough energy to generate this endless spring in its 43 square miles throughout the whole year? Well, that's exactly the function of the core power plant. In this station built inside the dome, 100% renewable and safe energy is extracted daily to supply the entire city with electricity, hot water and other necessary resources. The core is the beating heart of the city of tomorrow. And to handle a beating heart, a thinking brain is required. And that is what the hexagon is for. A high-tech security building outside the Arcadia dome where every system that keeps the city functioning is carefully operated by technicians and engineers. The dome, the core and the hexagon. The lungs, heart and brain of Arcadia. Energie aus Menschen, boah, das wär auch wild. Nadja, du hast doch gestern schon diese krasse Theorie aufgebaut mit der KI, oder? Wir sind im Knast, warum leben wir überhaupt noch? Also jetzt glaube ich fast wirklich, dass wir ein Teil der Rolle sind, weil die hätten uns doch eigentlich schon längst umgebracht, oder? Die wollen wahrscheinlich wissen, mit wem ich arbeite. Mit wem ich arbeite. Ja. Oh. 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 Das ist kein Weg, um eine Person zu behandeln. Er ist nicht eine Person. Er ist property. Aber deine property, in jedem Fall, Frau Walton. Alles deine. Ich werde dich sehen, 10392. Hey, du bist ein Poet, und du hast es nicht even wissen. Jerk. Trevor, erst einmal, ich möchte mich für alles, was heute passiert. Das hat nichts, aber eine Schreckliche Verständigung. Ich verstehe deine Position, und ich bin sehr, sehr sorry. Wir sollten uns alles anders machen. Du hast gesagt, wie wenn du gesagt hast, dass ich ein Schrecklich zu mir und anderen Bürgerinnen wäre? Und du war. Schau mal den Schrecklichen Staten, du bist in. Ich war nur versuchen, dich zu verhüttern, dich zu mehr. Ja, sicher. Eine mögliche Geschichte. Trevor, was du wissen, um Arcadia zu sein? Ich weiß, dass mein ganzes Leben hier ein Lied ist. Ich weiß, dass Arcadia nichts, aber ein TV-Show. Und ich weiß, dass du Menschen hier in hier töten kannst. Es ist leider nicht, dass ich mit deinen ersten zwei Staten betrachten kann. Aber Trevor, niemand hat hier in hier getrunken. Sag das zu Gus. Hexagon, würde dich bitte Augustus Rainey's Hauskam auf dem Monitor in Room 33 zeigen? Das kann ja auch aufgenommen sein. Hier ist es. Gus hat hier schon ein paar Tage vor Ort. Was auf der Erde? Hallo, Gus. Alles gut? Oh, hi, Vivian. Ja, sicher. Alles ist nur peachy hier. Trevor ist hier mit mir. Würdest du ihn bitte sagen? Was? Trevor, mein Mann! Hi, Gus. Du bist in der Linie? Ein TV-Show? Mann, wer hätte gedacht, was? Hey, Gus, Trevor ist in ein bisschen shock. Kai, ja. Still have to explain the full process to him. We'll talk to you later, okay? Oh, sure, sure. Bye, Vivian. Trevor! See you soon, man. But I saw the images. I saw Gus. What did you see exactly? Besides Gus leaving with two security guards. Come with me, please. I want to show you something. Also, ich glaube fast, dass wir wirklich jetzt weiter in, dass wir quasi, dass das alles von Arcadia geplant ist, was wir gerade machen, weil ihr erinnert euch ja noch, wie ekelhaft böse sie war, als sie off-cam war. Und sie benimmt sich gerade so, als wäre sie on-cam. Und dass sie genau weiß, dass gerade alle Menschen zuschauen. Und deswegen glaube ich, dass diese ganze Entführung und der ganze Wump um mich rum Absicht ist für die Einschaltsquoten. Ähm, weil so ist sie ja nicht. Sie hat ja schon öfter off-cam gezeigt, wie sie denkt und wie sie drauf ist. Auch mit dem Gus. Ach, dann soll der doch sterben, ist doch egal. Oder das war auch gestaged. Ich bin extrem verwirrt. Vielleicht war das auch gestaged. I don't know. I don't know. Ich bin extrem, wie du und Gus, wie du oder Gus, sind einfach nicht profitierbar. Also, wir müssen einfach... ...zure dich von der Show. Aber nicht das Kind von Retirementieren, wie du denkst. Du siehst, die Arcadia-Edge ist eigentlich nicht ein Geheimnis, sondern ein Re-Location-Programm. oder sie macht es jetzt mit absicht weil sie weiß dass wir mit einer person außerhalb kontakt hatten und sie nicht wissen wer das ist damit ich am ende sag ey was erzählst du die sind nur irgendwo auf umgesiedelt zu etch die sterben doch gar nicht ich glaube die versuchen mich jetzt zu manipulieren listen trevor the arcadia dome is a major infrastructure under 24 7 surveillance heavily guarded with multiple security measures and only i can turn them down so the only way to escape from arcadia is by pressing a failsafe button in my penthouse at the top of the arcadia spire that only i have access to no matter what they have told you that isn't happening trevor hätte ich jetzt auch erzählt so i'm trapped in here no 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 this is not a prison we can't keep you here against your will but you just said that i can't get out no no i said you can't escape of course you can get out how am i with those noises i can barely move when i hear those things oh you mean the realignment jingle yes that is one of the security measures i mentioned you've been conditioned to recognize an acoustic pattern to provide you with an extreme sensation of well-being and comfort you brainwashed me absolutely not you were born with it like any other arcadian citizen in the last 30 years and you've been hearing it throughout your whole life what on earth anyway long story short we can remove the jingle from you we'll just take you to a realignment booth and you'll be free of it in a matter of seconds ich glaube die bringen mich jetzt um ich glaube die bringen mich jetzt um ich glaube die bringen mich jetzt um okay you just told me that i've been a damn pavlov's dog my whole life and you expect me to let you guys scramble my brains again no way screw that i know this is not an easy decision trevor but i have not told you a single lie they on the other hand cannot say the same thing take your time okay whenever you're ready oh god this is weird alles ich habe keine ahnung look i know you can hear me i'm not even going to read this piece of crap forget about it i'm not doing it you hear me let me out of here let me out that's in 100 pro leute in dem glas ja not signing this no way hey is anybody there yeah are you really gonna let me rot in here you can't keep me in here forever ah ich guck halt auf die uhr wie lange er schon drin ist specifically agrees to not discuss the show interference i don't know how much time i spent locked up in there probably wasn't more than a couple of hours but it felt like an eternity i was physically and mentally exhausted from the escape i had wounds all over my body and i was still absorbing the harsh truth about my life so everything came crashing down on me at that moment i was determined to sign and get it over with ernsthaft ich will aber nicht wahrscheinlich kommt jetzt gleich sei nicht dumm ist das geil geil zwei stunden nach dem autounfall sehe ich wahrscheinlich ihre version ne was sie gemacht hat ich will mir einen 3d background machen lassen und das ist so cozy und das dann an winter machen ja genau so genau diese schön und dann so eine werbetafel hinten genau sowas will ich so ein 3d hintergrund wo ich dann sagen kann es ist tag es ist nacht es fallen herbstblätter es schneit ähm es ist sonne es ist klarer sternhimmel oh shit my phone den blut zeppelin ja number six finally what happened with trevor where is he they they pushed him off the road they turn on the tv what are you talking about we need to get trust me kovacs turn the tv on is now on the run in the popular tv show american arcadia according to his biography he's alive he's alive oh thank god who leaked this was it us of course it was us kovacs they wanted trevor to be known fine now everybody knows him inside and outside arcadia oh but where is he now if he's still inside arcadia there must be a way to find him maybe but we would need to access the hexagon the hexagon is not like any other walton media building we are talking about the nerve center of arcadia we are talking about insane security measures we are talking about i'm gonna do it with or without your help number six ah deswegen konnte sie sich einloggen weil sie jetzt okay copy that weil wir uns da reinhecken remember you do not know us you have never heard of us spare me the lecture I knew what I signed up for when I joined breakout so yeah going to the hexagon was my idea well kind of and even today I still wonder if that was a bold move or a stupid move probably a bit of both all things considered hmm oh this blizzard is getting worse by the minute 4 h nach dem unfall I'm freezing out here do you read me kovacs with a little bit of static due to my old headphones but I can hear you good now listen carefully you are in front of one of the back entrances to the hexagon the staff here use a special secured digital card to access the place you will find one in the back alley inside a metallic box ah okay oh wie schön es schneit ich bin es auch letztens in so einem schönen Örtchen rumgelaufen da kamen schon so die ersten Flöckchen runter das war echt toll da muss irgendwo was sein ja das sagt er nichts dazu ne hier ist das Kästchen die Kästchen dieEurope wie ich bin es auch so die andere ich bin es auch so der ich bin es auch so der 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 durch die geil dir ich bin es auch so der Cool. Okay. Blub. Piep, boop, piep, boop. Dass hier auch niemand ist. Also oben ist ein Triangle. Und da schon nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt hier hoch. Und dann kriege ich wahrscheinlich die einzelnen Karten. Also als ob hier niemand ist, ne? Das ist somit das wichtigste Stück der Stadt. Und hier ist einfach niemand. Und ich meine gut für mich, aber... Okay. Oh. Äh, Jenny Legvue, was ist das? Ein Geigerentzähler. Hm, es hat doch hier irgendwo ausgeschlagen. Shit. Ah, okay. Ich muss so laufen, dass es nicht ausschlägt, ne? Ah, sicher, Vorsicht, Gefahr. Okay, da kann ich noch nicht hin. Hm, da muss ich hier lang, oder? Ach so. Aber hier passiert nichts. Da kann ich nicht rein. Ja, sagt los. Und hier kann ich wahrscheinlich auch nicht raus, ne? Okay, das heißt, ich muss so laufen, dass diese Wellen mich nicht finden, oder? Ein Geigerentzähler, missradioaktiv. Okay, dann give it a try. Aber hier war ja nichts, ne? Ne, da kann ich hin. Okay. Okay. Ui, unangenehm, wie das immer vibriert. Ein offener Schacht. Als wäre hier jemand schon drin gewesen. Hm. Geil. Jetzt nach meinem Gefühl. Oh Gott. Ich glaube, das war richtig. Hä? Geht's gerade aus? Oder rechts? Ah, ne, falsch. Da vibriert's im Hosentäschle, du. Da nochmal links oder rechts? Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich ja wieder hier. Jetzt bin ich ja wieder hier. Okay. Ich muss dann hier lang latschen. Darf ich dann hier lang jetzt? Nee. Das wäre jetzt für mich logisch gewesen, dass ich da lang gehe. Oh Gott, man muss sich einfach nur trauen. Oh Gott. Unangenehm. Oh shit. Man muss ein bisschen rumgehen, ne? Okay. Okay. Okay, jetzt muss ich bestimmt so schlangen. Oh shit. Nein. Oh nein. Ah süß, darf ich hier anfangen. Oh Gott. Oh Gott. Easy now, Kovacs. Don't the eyes and cross the T's. Ah. Alarm. Ach so, ich muss die Tür erst wieder öffnen. Oh, entspann dich. Jetzt. Komm ich da lang? Oh shit. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Oh Gott. Furchtbar. Ah. Oh Gott. Furchtbar. Oh Gott. Okay, die haben jetzt quasi dafür gesorgt, dass er ja live gestreamt wird, falls ihr es nicht mitbekommen habt, in der Live-TV-Show. Und deswegen lassen sie ihn, glaube ich, am Leben, weil jetzt nämlich das Live-Publikum hat es ja mitbekommen, seine Flucht und jetzt sind die Einschaltsquoten so hoch wie nie. Und ich glaube, dass sie das checken und deswegen wollen sie jetzt den nicht töten. Wer lässt denn bitte den Burger mit Pommes umberührt? Das ist doch eine Lüge. So, dann brauche ich jetzt, glaube ich, hier irgendwo den Code. Hier gehe ich nie wieder rein. Hier ist ein Dreieck. Ah, hier, oder? Oh. Oh je. Ja, I know. Es ist nicht der Diffelcote. Ich bin doof in sowas. Ja, ja, Bro. Ja, ich bin der Diffelcote. Walton Media feels compelled to issue this statement. We categorically deny all information that has been made public about the circumstances surrounding Trevor Hill's so-called escape. Such information, which is clearly intended to damage Walton Media's good reputation, lacks the slightest hint of veracity. Walton Media and the American Arcadia team have taken every measure to ensure Mr. Hill's physical well-being. Tomorrow at 8 p.m., there will be an official live appearance, clarifying everything that happened regarding the behavior of our citizen. This appearance will include the testimony of Trevor Hill's himself. W-what is she planning? To wipe his brain clean? You can expect anything from Vivian. I detest her, but I have to admit that wretched woman is shrewd and cunning like no other. Hold on a second. Number six? What's happening? Dammit, guys, they're down here. We need to go. Now! Heh, danke, Laki. They found us. What? Who? Walton Media's goons, of course. They must be tracking us somehow. Ja, also dann ist es so, dadurch, dass jetzt die, ähm, diese Hacker-Truppe, ähm, das Ganze live gestreamt hat, können sie Trevor nicht mehr nur umbringen, weil dann würden die ja checken, dass irgendwas nicht stimmt. Ähm, ich frage mich aber, ob die Live-Zuschauer davon ausgehen, dass wir von allem Bescheid wissen oder warum sie jetzt Trevor irgendwie oder ob die Live-Zuschauer nicht wissen, dass das die Leute nicht wissen oder denken die, das ist nur eine Serie, weil sonst können sie Trevor ja einfach entfernen lassen. Oder habt ihr da einen, einen Punkt, warum das so ist, wie es ist? Okay, hier rein. Das ist ein... Yay, Schächte, das macht Spaß. Also die tun jetzt den quasi zu irgendwelchen Aussagen drängen, die er gar nicht sagen möchte. Und da bin ich halt mal gespannt. Jetzt siehst du ja wahres Face. Pathetisch. Ja. Du bist sehr nett, Kendra. Ich gehöre dir. Ich bin nicht. Auf einer anderen Seite, ich habe mit Trevor gesprochen und bin überzeugt, dass er sein wird, dass er sein wird. Sooner als später, ich hoffe. Und als er erhebte, wir ihn zu einem Re-Alignment-Boot und... ... alles wird bereit. Re-Alignment-Boot? Bis dann, wir bleiben in High Spirits mit einer positiven Attitüde und alles wird so leicht. Ja, die Hirnwäsche. Genau, das ist ein großer Livestream, wo alle Live-Zuschauer zuschauen. Aber ich frage mich, ob die Live-Zuschauer denken, das ist alles gestaged und nur ein Schauspiel oder ob die denken, die Bewohner, denen sie da zuschauen, wissen, dass sie beobachtet werden, weil jetzt ja der Trevor auf der Flucht ist und sie ihn ja unbedingt, das werden wir wahrscheinlich erfahren, je nachdem, was er sagt, dass man wahrscheinlich nicht das Gefühl hat, dass Arcadia ein Gefängnis ist und die Leute das nicht heilwürdig machen. Der Access-Level-Device ist direkt da. Gut. Okay. Oh je. Äh. Mag sowas nicht. Achso, ich kann nicht mehr zurück. Oh nein, ich mag sowas wirklich nicht. Okay, ich hab schon verkackt. Das hatten wir doch schon mal, da seid ihr doch ausgerastet mit mir. Weil ich's nicht gerafft hab. Okay, das geht schon mal nicht mehr. Hm. Und dann muss das hier rüber. Das kann ich zwar überspringen, ne? Dann muss das rüber und dann kann das rüber. Und dann kann der rüber, oder? Oder rückt jetzt der ran? Ich glaube, jetzt rückt doch der ran und dann das Orangene. Glaub ich. Ich bin bei sowas auch ganz schlecht. Ich hasse es. Einfach immer nur Plätze tauschen. Hm. Das heißt, ich mach jetzt das, das und dann rüber. Oh Gott, ich hasse es so sehr, sowas. Oh Gott. Oh Gott. Oh, furchtbar. Ich hasse solche Rätsel. Vielen Dank an alle. Furchtbar. Furchtbar. Boah. Danke, Likey. Danke, Chat. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Oh Gott. Nee, also da ist mein Brain einfach zu dumm. Das muss ich sagen. Aber hey. Es ist okay für mich. Kommt darauf klar. So unterhält sich kein Mensch, so wie die da stehen. Äh. Piep ist. Okay, da war doch hier oben noch eins, ne? Nee, irgendwo war da noch eins. War das hier? Achso, hier bin ich jetzt. Ah nee, da war doch hier noch eine Tür. Ja, genau, hier. Yeah. Das wäre ja nicht echt, wie gesagt, ein geiles Game zusammen, dass in der Zeit, wo der andere abhauen muss, der hier das war. Okay, deswegen waren so wenig Leute da, weil die hier die ganzen Sicherheitssysteme haben. Okay. Okay. Okay, das sind Linien. Peter Linien. Ich probiere es jetzt einfach. Ich glaube, ich muss... Da jetzt eh durch, ne? Und survive, furchtbar. I'm gonna die! Oh Gott, Hilfe. Ich hätte so Angst. Nein, das war falsch. Da muss ich da nochmal rein. Stark! Genau, ich muss ja den merken. Aber wieso hat es jetzt aktiviert? Das war doch korrekt, oder nicht? Das geht ja nicht. Ach, ich muss mich klein machen, ne? Oh je, okay. Oh Gott. Also, es war... Hier rechts... Mitte? Ich weiß ja gar nicht, wo es anfängt. Also, das ist auf jeden Fall rechts. Okay, wir probieren's. So. Also, der erste war hier... Runden. Hilfe. Rechts, Mitte. Natürlich toll, dass die mir das alles so schön notieren, ne? Oh yeah, we did it. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Du bist jetzt in der Arcadia-Kontroll-Grid. Alle kritische Systeme der Stadt läuft durch diese Server. Ich würde glücklich shut das ganze Raum auf, wenn ich wusste, wie ich es. Ich auch. Aber seitdem wir nicht wissen, wie es tun tun, wir sollten es nutzen, es nutzen und finden Trevor. Das ist das hier. Nein! Ich kann nicht glauben, dass diese Maschine auch ein Hexagon-Level. Oh, danke Gott. Es gibt eine von diesen Akses-Level-Devices in hier. Wie funktioniert das jetzt? Aber wirklich. Ja. Das ist wirklich ein Pain. So, was genau wollen die hier? Blau? Blau? Ich habe keine Ahnung, was ich klicke. Ah, ich muss mich etwas missen. Vielleicht gibt es irgendwo einen Pattern, ne? Ich aktiviere jetzt Mister Lösungsbuch, wenn es für euch okay ist. Aber ich glaube, sonst kann man es hier irgendwo bestimmt sehen. Ah, da geht es rein. Ah, hier. Okay. Hier muss man doch irgendwo... Ah, hier. Okay. Und dann die connecten und die geben dir dann das Hexagon. Also wenn da mal was kaputt geht, ey, dann viel Spaß. Ging nicht? Oder muss ich da dann noch irgendwas auswählen? Eins, zwei, drei, bam. Und dann interagieren. Ach, es ist spiegelverkehrt. Stimmt, das ist ja spiegelverkehrt. Da war ja was. So, das heißt der, der und der. Der. Bam, 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 bam. Danke, Leute. Spiegelverkehrt, gar nicht drauf geachtet. Okay, Arcadia-Kontroll-Grid. Help me find my good friend Trevor Clarence Hills, aka Arcadia's public enemy, number one, aka 10-3-92. 372 cameras? Really? Oh, God. Looks like this is gonna take a while, number six. Do you have time now to explain that really bold move you were talking about? Yes. Once you locate Trevor, get him to. You know where old Arcadia is, right? The abandoned prototype town? Why do you want me to bring Trevor there? Because that is where Arpad Kobach's Visiorama workshop is. And since we know they stole his technology for the jingle, we need to use it to get it out of Trevor's head. What? What? Removing the jingle? Are you crazy? That plan is like a hundred to one shot to put it mildly. We barely know anything about the jingle. That is why you need to get inside realignment and find as much information as you can. But only after you bring... Number four, I told you to slow down, damn it. stop the car and act casual when the cop comes. Oh, yeah. Please, trust me. Bring Trevor to old Arcadia. We're counting on you. There he is! Oh, finally! No, 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 Trevor, don't do it! Don't sign that! Comms were locked, so the only way I found to communicate with him was to play an audio file from my phone. And guess what song was the first one in my recently played files? God. Ange- Kovacs? Is that you? You just need You just need to play with a brand new start. Hahaha. And... How do I get a brand new start? I'm holding my hand on the feet. Wie witzig. Although I don't think I'm going to be able to keep doing this using only verses of that stupid song. Don't be a fool! Hahaha. Oh, is this good, ey. Geil. Und die Leute juckt es gar nicht, dass ich jetzt rausgehe. Oh, die juckt es wirklich nicht. Oh, scheiße. Send Drones to the core courtyard. Nein! Okay. Attention. Subject spotted. Send Drones to the core courtyard. Hä, warum? Ich habe gar nichts gemacht. Einfach nochmal eine drüber geschossen bekommen. Aber, äh, das wäre richtig cool, das zusammenzuspielen. In der Zeit, wo ich zum Beispiel die Sachen mache, dass der andere dann das in diesen Hexagon spielt. Okay, wir müssen uns warten, wie die eine ausfällt. Oh Gott, scheiße. Oh nein. Nein, das nicht. Ich muss mich schon eher, wenn die flackert, muss ich es schon machen. Also jetzt ist schon eigentlich wieder zu spät, ne? Oh Gott. Jeet. Oh Gott. I did it. Das hier niemand juckt, dass ich hier vorbei renne, ne? Nein, lass mich... Ich werde das Kästchen mitnehmen, aber das wird ja mehr als auffällig sein, ne? Ich glaube, den kann ich auch nicht mitnehmen, Leute. Nee. Kann ich nicht. Dann muss ich was anderes machen. In den Vent oben. Oh. Look at this, ihr Schlavin Nein. Gut. Perfect. Perfect. Ich wende mal wieder, ja. Man kennt's. I'm new here. Can someone give me a round over? Witzig, wie die das alles hier kommentieren. 342.000 Zuschauer. Das ist meine Wucht. Yeet. 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 Und wieder raus hier. Wir wollen jetzt ja quasi, ich glaube, dass wir jetzt langsam dieses Gehirn der Stadt runterfahren. Hexagon haben wir schon. Dann kommen noch die Kraftwerke und noch irgendwas kommt. Und dann machen wir den Sound aus und dann kann ich raus. Kovacs, if you can hear me, this place is full of drones. You better do something. Oh Gott. Also doch im Prinzip einfach nur alle Schalter anmachen. Okay, und jetzt kann ich das Ding fliegen. Oh Gott, mir geht das jetzt lenken. Das ist ja furchtbar. Zäuben. Oh geil. Kann ich jetzt hier weiter switchen? Ah. Das wird ja richtig wild hier. Ne, ich kann nicht bete... ich kann nicht äh... The day the running started. 11.11.23. Smash the moustache. The moustache. The moustache. Aber war das dann alles geplant? Ah, da kann ich die Kameras schalten. Den will ich noch. Okay. Ich muss den quasi fliegen lassen und den unten noch wegsmaschen. Vielleicht kriege ich den noch. Mit Kamera 2. So, und zwar jetzt, oder? Bam. Bam, bam, into your room. Cool. Ja, ist echt cool. Oh. Ah, das ist noch Cam Nummer 3. Da kommen auch neue Cam's dazu. TC. Ich muss den drüben auch nochmal einhacken. Yes. Ist cool gemacht. Da, dann träub ich den Sack da unten jetzt. Bam! Holulululu. Nice. Da ist 100 Pro nämlich auch noch einer drin. Den kann ich aber nicht bekommen, weil der drin ist. Leider. Wie nervig, wenn du die ganze Zeit am Arbeitsplatz von Drohnen beobachtet wirst. Das stelle ich mir definitiv nicht so geil vor. Ach, muss ich dieses kleine Schlucklicht hier dann nehmen, um den abzuschießen. Auf die Tür kannst du ihn, glaube ich, ausschalten. Jetzt gleich, ne? Äh... Äh... Shit, ich hab's, glaube ich, gerade verpasst, ne? Oder so. Lull. Shit. Shit, jetzt muss ich den töten, ne? Ah, shit. Ja, okay. Ja, und da muss ich den quasi abschießen. schießen. Okay. Shit. Sind meine ganzen Kameras weg. Okay, jetzt kann ich gleich zu der rüber. so. Dann wahrscheinlich, wenn jetzt die... die, die jetzt wahrscheinlich hier reinfliegt, genau die. Ich glaube, dann, wenn die reinfliegt und er rauskommt, kann ich das machen. Lass mal gucken. Die hier, oder? Geil. Geil. Bang, bang, interview room. Bang, bang, all over here. Easy. Die helfen mir jetzt. Ach, das ist geil. So, wir machen jetzt alle fertig. Ha, ihr Noobs. Das ist geil. Wenn man mal zurückschlagen kann. Genau. Das ist geil. Da ist der Punkt. Holden, genau da. Drop your guns. I'm warning you. These drones now do my bidding. So, you you better leave or or I won't be responsible for the harm these little killing machines might cause you. Subjekt 10392. You're giving me way too much trouble for a pathetic wimp. I still wonder how you managed to get the required rank to control and manipulate Arcadia's automated personnel. But it doesn't matter anymore. I'll escort you back to your cell as soon as I have you rendered unconscious. Kovacs, if you can hear me, please do something. Kovacs. Who is Kovacs? AHHHHH! So, that was Miss Solano's doing. Yes, but she obviously knew it wasn't that far part of the ground. That's why she opened the hatch. Yeah, yeah, of course, of course, I mean, I've had everything under control. What? He said, Kovacs do something and I did the first thing that came into my mind. Geil. Oh, n' die Waffe, n' die Waffe, bro. Don't move! Don't move, or I'll shoot you. I swear to God! I know when someone has what it takes to pull the trigger just by looking in their eyes and you don't have the guts, 10392. Dammit! Just leave me alone! Oh, Gott. Hexagon! 10392! Aber Hexagon ist doch jetzt auch unter Gewalt von der, oh, Gott, Hilfe. Ja. Er erreicht Hexagon nicht mehr. Haha! Oh, Gott. Okay. Shit, ich weiß nicht, was es gebracht haben soll. Oh! Scheiße! Oh, Gott. 10392 ist on the run again. All systems on high level alert. Hexagon! Hexagon! Do you copy? Dammit! Okay, jetzt noch mal. Ich glaube, ich kann es jetzt gleich anschalten, damit der nämlich Ramp abträgt. 10392! Und 손. All right. Save your breath for more unintentional rhymes! You blockhead! Hexagon! No. Hexagon! Stop that platform immediately! Ah, Small news. I'll find another way. Yay! Is anybody in charge? Hexagon! What is happening? Oh Gott. Okay. Jeet. Okay, nochmal Ventil öffnen. Sehr gut. Ja, der ist ganz schön schnell, ne? Jaaaaaa! Jeet! 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 Ja, aber wirklich. Lauf, 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 lauf. Huh. Gut, er ist schön weit weg. Ich höre ihn gar nicht mehr. Schnauze! Oh, holy shit! Huh! Scheiße, jetzt hat er mich nicht ernsthaft schon bekommen, ne? Was war denn das für ein Hack? Das gilt ja mal voll nicht. Okay. Okay. Not again! Hex, I'm gonna do something! Stop this! Okay. 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 Jeet. Jeet. Stop running, miserable rich! So you can brainwash me? No thanks! Boah, ist das anstrengend, dieser Parcours, ey. Das würde ich körperlich alles inschaffen. You won't make it to the other side. 10-3-92. There is no escape. You know what? Either my grandpa could jump that. What? Halfway through my jump, I suddenly realized how rickety the ladder was. But it was too late to do anything about it. I fell about nine feet. And I landed in a puddle of some sort of thick liquid. It smelled awful, but it helped cushion the blow. You think you made it, 10-3-92? I don't care. I'll get you again. You won't get out of Arcadia. You hear me? You hear me? I won't allow it. Oh, God. Yeah, yeah, I hear you. Keep barking, you idiot! Genau so. What do I do now? Where do I go? Rauslaufen. Ah, dahin. What on earth? He gives me a sign. Welcome to Arcadia. Or at least welcome to the land where the city of tomorrow is being built. The Arcadia project is moving forward spectacularly fast, and we hope to have it finished for summer of 1961. Let's take a quick view of some of the amazing perks that Arcadia has to offer. First of all, our suburbs. Modern housing with the latest technology included, service droids, voice-operated devices, and everything a modern American family needs. And with our road system that will communicate easily with the downtown area, you won't have to worry about traffic anymore. Get to work either by monorail or an electric car. And what about leisure? If you want to enjoy a good movie, there is a spectacular drive-in theater with an immersive new system called Viziorama. But that's not all. We have a special surprise for our audience, and here is our good friend Arpad Kovacs to explain it to us. Oh, Kovacs. Hello, Mr. Walton. Yeah. Hello, kids. I am here to tell you we are building a new TV studio right here in Arcadia. So from now on, I will be recording Architects of Tomorrow from my workshop right here. Isn't that amazing? So, Arcadia already has its first neighbor. What are you waiting for? Call and make your reservation so you can be one of the lucky ones to be selected. Ask for housing in Arcadia now, and be welcome to... ...a wonderful tomorrow to live in. So geil mit den Zitaten immer. Arcadia. Arcadia? What? What is this? Ah, sind hier vielleicht diese Sounden. Trevor? Trevor, can you hear me? Oh, God. This damn audio system is so crappy. Angela? Hey, I'm here. Do you hear me? Oh, God. Finally. It's so good to hear your voice. Where am I? Is this the first prototype of Arcadia? Yeah. Yeah, this was what Walton and Kovacs had in line. But then Don and the Board of Directors took over, and they turned Elijah's dream into this American nightmare, where being unpopular is punished with death. Mm-hmm. I don't know where you got that info, but nobody has been killed in here. What? What are you talking about? Gus is not dead. Vivian showed him to me. But, but, I saw him. What exactly did you see? Besides Gus leaving with two security guards. I don't know, I don't know, forget it. Okay, let's just focus on getting you out of here. Weird, right? She had... I don't think there is a way out of here, Angela. I'm afraid I'm trapped in here. No, 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 listen to me. We have a new plan. Sit down, Trevor, please. Hurry, here goes. Uh, that sound that renders you motionless? Well, we think that there might be a way to, uh, to remove that thing. Oh, God. Wait, remove, you mean, you mean like, brainwashing me? No, 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 not at all. Well, it sounds pretty similar to what Vivian wanted to do with me, with that realignment thing? I know, I know, but we know what we're doing. Trust me. No offense, Angela, but considering how things went last time, it's not easy for me to just blindly trust in your plans. And anyway, even if you magically reprogram me without leaving me brain damaged, I've already crossed the Jingle area before, and it didn't work out. How am I going to get out of the dome anyway? Maybe I can help with that. Wait, who is this? Number six? Are you okay? Yes, Kovacs. I touched in a couple of minutes ago, I heard your conversation. Sorry for the indiscretion, but I had to interrupt. My name is number six. I am the leader of Breakout, the activist group Kovacs works for. Okay, nice to meet you. They have told you there is no way to escape from Arcadia, right? Let me prove to you, they are lying. Next to the Arcadia Central Plaza, you will see a painted sign on a billboard with six names. That is us, the Arcadia Six. Ah, that sehe ich, dass die schon hier gewesen sind. My name is correct. We left a trash container below the water tower, covered by some bushes. Just climb the water tower. I need to show you something. Okay, also die haben irgendwie Zugang, können ein- und ausgehen. Aber ich finde es komisch, dass die Angela gerade so rumgedruckst hat, findet ihr nicht? Sie hat mega rumgedruckst, dass sie wegen dem einen jetzt nicht glaubt, dass er tot ist oder glaubt, dass er tot ist. Sie hat irgendwas gesehen. Also. Is the horse's car still there? The 70s car that really stand out of this town? Yeah, there is an abandoned car there. It looks rusty now, though. Watch the horse at the space. See, she had to leave her glove and car there. Hmm. Ah, das ist das. Sie haben auch vor Ort, mit dem Schreiben auf dem Schreiben. Arcadia ist eine gilded cage, und wir wissen es. Sid wanted to leave a farewell message. Es ist seine trademark. Hmm. Das alte Mr. Ausgang. Right there. See that underground tunnel? Das geht direkt nach der Exit. Keine Dome, nichts. Nur ein paar Schritte, und du bist aus der Arcadia. Ja, aber sie haben zwei von diesen Jingle Emitter auf jeden Seite. Hm. Das macht Sinn. Sie waren nicht da, wenn sie rauskommen sind. Ja, sprich mit mir. Maybe some of our intel is wrong. Maybe they're not killing people in there. There is something you and I know for sure to be true. As long as you are inside Arcadia, you will always be a prisoner. From one future in the Arcadia to another. Do what you need to do. Say goodbye. And leave. Uh. Can I at least have some time to think about it? So, take your time. Whenever you are ready. Hm. We need to trust, right? Süßes Schneid. Are you still there? Hey Trevor. Yeah, I'm here. I think this is the Architects of Tomorrow TV set. Yeah. The last two Architects seasons were recorded in this studio inside Arcadia. But nothing was the same about too old and stuff. Not even Architects. Wait, that's... That's the piano, which Kovacs always played at the end of every episode. Oh really? It's still there? It was my favorite part. That's what got me into music. Do you mind if I... No, don't go ahead. No, we can hear you here. I was there, where he sang that song, this researcher. Imagine number six is this Enkeltochter from the Erschaffer. Oh, that would be crazy. But is that not... That's not the Newsreader. Sorry, let's go down. Sorry, let's go down. affiliation Yeah. You And you All right. Bye-bye. 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 Musik Musik Ja, sonst hätte Nummer 6 glaube ich auch mehr Wissen Musik Voll schön entspannend Freie wenn man spielen kann Ein Instrument oder was auch immer Klavier, Geige, Harfe, was gibt es nicht alles Oh je Voll die stressige Reise Awww 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 Maybe my life wasn't good American Arcadia material But it was quiet and peaceful I know I'm not the most interesting guy on the planet But I've never hurt anyone And I don't deserve all the crap that I'm going through Hold on I know John And for what it's worth I have to say that you May not be the most interesting guy on the planet But you're a good person And I like you And I'm sure a Quiet and peaceful life is waiting for you out there Maybe you'll have to Shut that grandpa get up and throw off something a little bit more up to date But other than that You'll be fine Okay 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 Let's do this Gerne Be extremely careful I swear Yeah Yeah, 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 sure Just do it before I change my mind Ja, der überlegt halt ob er gehen soll oder nicht At that moment I realized How fond I had grown of that old fuddy-duddy mustache wearing average Joe I wasn't doing this because of the Walton Media breakout war anymore I just wanted to get my friend out of that city once and for all Tues That was really moving Kovacs, thank you It was critical to convince such a valuable asset like Trevor's Uh, I haven't said anything to convince him I just said what I feel And please Don't call him an asset Trevor's not an asset Okay I Understand I apologize It's all right What do we do now You must get inside the realignment area and find any relevant information that allows us to comprehend how the jingle works We have to make a jingle out there I'm curious to know who this, uh, the, uh, secret guy there is I'm very, very, very gespannt, was da rauskommt, die Diese Grafik, schlecht und gut zugleich Es ist halt irgendwie abstrakt, aber trotzdem geil, also, muss ich auch sagen, geiler Stil einfach, mega cool Also, fette Props an die Spieldesigner und, äh, Entwickler Ich mag den Stil sehr Sieht man nicht allzu oft I really hope your plan works number six Still not a hundred percent convinced Remember, we are at this point thanks to your courage and boldness You got us to the hexagon I know, I know, but just in case, let's make sure we don't get out of hand with the boldness Hey, what is this? The four steps of the realignment jingle? I'm too sure that our citizens never leave We need them to not have any interest in anything other than living a happy life in Arcadia Uh, their only aspiration must be routine Uh, don't get me wrong, our citizens will be interesting, uh, celebrities, athletes, musicians But always, local celebrities, local athletes, and local musicians, things like that Even so, there will always be those who, driven by mere curiosity and irrational impulse or just plain and simple stupidity Will do something that might bring them close to the dome's edge We are saving an ace up our sleeve for that situation Any violation of the Burbank Act will result in the absolute suppression of all means of self-control of that particular individual That feeling of well-being will turn into almost complete incapacitation If that measure isn't enough, they must perceive the outside world as a hostile, harsh and unwelcome environment Even threatening To keep citizens from wanting to leave, we will have to reinforce each and every one of their fears Arcadia means safety The world outside means danger But we have to give them the illusion of freedom Otherwise, we will face another breakout And the only way to achieve this requires a complete distortion in their perception of freedom They will not long for it, because Arcadia will be the only place where they can feel really free To ensure that our citizens never leave, we need them to not have any interest in anything other than This shit is a orwellian life in Arcadia And disgusting Donald Walton was a really sick man The only inspiration must be routine Don't get me wrong, our citizens will be interesting Celebrities, athletes, musicians But always Local celebrities, local athletes and localization That they are so happy that they don't want to go out the world to find out I wonder what this panel does It's hexagon level Do not activate it It is not safe to take any unnecessary risks COVAX Okay bro Looks like every brand in the world has a spot here What do you mean? Their logos are everywhere Car brands, computer manufacturers Oh, was is das hier? Oh, die Gehirnwäsche Huh, looks like this booth can be programmed to generate something entirely different A customized jingle, if you will Ach, witzig Creating custom jingle Not a chance Okay Bedeutet das das dann quasi die Leute nicht draußen dürfen, die diese Dinge, die ich als Symbol mache, betrifft? Oder wie kann man das verstehen? Hmm Hmm There are several of these QR-Cards scattered around I wonder what there are several of these QR-Cards scattered around There are several of these QR-Cards scattered around I wonder what they're for Gute Frage, hier ist wieder sowas Kann ich nicht lesen Hier auch wieder Aber sie macht damit nichts Hmm Oh, Gott Hilfe Hilfe There are several of these QR-Cards scattered around Hm What do we have here? Brainwaves? So this is what Trevor experiences every time he hears the jingle? Oh, mein Gott. That's how they tailor the preferences of Arcadia's citizens and prepare everything that happens around them. Setting aside how ethically reprehensible this might be, this machine will tell us how Trevor's brain reacts to external stimuli. We should use it to our advantage, Kovacs. Yeah. There's a QR reader in this machine, so I better find something to feed it. Kovacs, I was thinking, that jingle generator you mentioned, it might come in handy. For what? I don't see a way to remove the jingle from Trevor using this thing. Maybe we cannot remove it, but we can induce the opposite message. You're talking about creating an anti-jingle? Apparently, I coined the term. But it was number six who laid out the whole thing. It sounded simple, convincing, and a good idea. First, we completely distort the vision of his routine. We show him how strange his ordinary life is by altering it. Next, we strengthen his sense of control. We reinforce his decision-making and provide him with resolution instead of suppressing it. After that, we remove Trevors fear of the outside world. There would be nothing to stop him from getting out. Oh, we manipulieren den jetzt voll. And then we give him a new aspiration. Total and complete freedom. Guess what, number six? That plan might not be a long shot after all. Okay, wir tun den jetzt richtig manipulieren, weil... Wenn wir quasi diesen Jingle ändern, traut er sich rauszugehen und wir nehmen ihn quasi halt die Ängste. Ein Aidanet-Dating-Service. Most citizens end up being matched with NPCs, die ihnen mit exciting and generally completely fake love stories. Hey, ganz schön verwerflich, aber hey. Whatever. Hauptsache, er kommt da raus. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir wirklich so auf seiner Seite sind, um ehrlich zu sein. Rush Motors. The guys who manufacture the perfect work of engineering, according to Trevor. I'm not sure. I'm not sure. They must hire the worst of the worst to work here. I mean, how could you live with yourself, knowing what you're doing? Looks like a retroverse. Well, you work at American Arcadia. Ooh, okay. That was a low blow number six. Ich bin auch gespannt, wenn number six ist. Vivian's Disco Club. No matter where I go, I keep seeing her. Oder ob das, wie gesagt, am Ende alles ein abgekapertes Spiel ist, um das hier interessant zu bestatten. Ah, this is that awful line of workout videos and fitness meals. I think they sponsor Steve Just. Und dann wird er wahrscheinlich gehirngewaschen und bekommt den Jingle, dass er halt entkommen kann, ohne es zu wissen. Nehme ich mal an. Habe ich jetzt eigentlich alle QR-Codes? Oder fehlt da noch einer? So. Geht sie mal hinten zur Maschine hin? Aber ich glaube, ich habe jetzt alle gefunden. Oder geht's hier noch deutlich weiter. Ne, das ist schon noch nur noch der Bereich hier. Das habe ich jetzt schon gemacht, den Sportchannel. Die war ich auch. Gucken wir uns das nochmal an. Ich glaube, es ist das, Trevor fühlt sich wie ein romantisch-relationsspieler könnte, könnte sein Leben aufbauen. Er könnte nicht mehr kontrollieren sein, und das erinnert ihn. Ja, das ist erinnert. Das Maschine funktioniert, das stimmt. Ein healthierer Leben würde machen Trevor weniger Angst, aber auch weniger froh und weniger frei. playing piano strengthens trevor's mastery and his sense of freedom social events really stressed trevor out and they seem to turn his mood upside down driving makes trevor feeling control but also a need of some freedom trevor looks pretty skilled playing video games but from the looks of it he doesn't have a great time playing them anymore okay that's with the dog is still missing where is that where is that with the dog 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 where are the hundies that was the car have you seen it there are these different wells they show you basically what that is for a feeling is angst happiness and so on and so forth and we program this machine so that he has to be able to so that he has to be able to sich durch diese schallwellen nicht mehr abgeschreckt bekommen fühlt weil die ihm scheinbar angst ähm zeigen oder er halt einfach panik hat also die sorgen dafür dass er sich nicht bewegen kann weil er einfach schiss hat ah bei der maschine auf den stuhl bei der maschine ach witzig ja ne doch nicht ah hier doch okay dann hole ich mir noch die info und dann können wir das gleich programmieren und das heißt die tun ja eigentlich quasi auch schon den ganzen leuten ihr charakter irgendwie auch bilden oder ja das haben wir alles okay so dann gehen wir jetzt zur maschine die müssen jetzt einstellen ja schon echt crazy ey das ist vielleicht machen das irgendwann mal maschinen mit uns wenn die maschinen die welt übernehmen so brainwave sequences das sind die ganzen positiven vibes die dinge mag er ja 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 sieht aus wie ich es habe number 6 ich habe es jetzt was machen wir jetzt das drive in theater muss sein und während er schaut die schreie durch die visiorama Wir senden die Anti-Jingle durch den Audio-System und BAM! Trevor ist frei von der Jingle! Dammit! Was ist passiert? Attention all security personnel. Come immediately to realignment. There has been a security breach in the Hexagon. Uh-oh. We must have tracked you, Kovacs. You better get out of there now. Shit, shit, shit! So, in that moment, I realized that I had to escape from a top-notch security building if I didn't want to spend my life in jail. Needless to say, I got the hell out of there as fast as I could. I was worried sick about Trevor, but number six was there with him, so... No. What could go wrong? Einiges. Trevor, this is number six. Kovacs. I will be here to help you through the whole deprogramming process. What? Why? Where's Angela? Kovacs had to... go. But everything will be okay, I promise. Meanwhile, I will be in charge of this whole operation. Uh, okay. What do I do now? Move forward, please. Okay, jetzt muss ich quasi weitermachen und Angela haut quasi... Angela haut quasi ab. Move to the right. Move to the left. Let's go. Hey. This is Arpad Kovacs' Workshop. That is correct. Look around for some sort of... Headset. Those would be Visiorama-Goggles. Vielleicht ist er ja der Wissenschaftler. Who knows? I can see them here. Put them on, please. Ah, jetzt gibt er mir die Vision, ne? Oh boy, that's Elijah Walton's car. The Walton-Mobil. Yes. Get in the car and drive straight ahead. Don't be a fool. Das dürfte ja eigentlich nichts passieren. Sein Dad oder Opa, I like. Das ist echt ein geiles Auto. Aus dem Bernhane. Okay, I'm here. Shall we do this, Trevor? Are you ready? Yes, I'm ready. Cross your fingers, Trevor. We are counting on you. How are you feeling now, Trevor? Uh, should I be feeling any different? I don't know. Everything is still the same. Oh, oh, jetzt höre ich ihn ja schon nicht mehr, ne? Es hat funktioniert. Don't be a fool, Trevor. Distort your routine. Who said that? Trevor Hills, welcome to American Arcadia, stage 10b. Sektor 9. Your life has been broadcast live for 28 years, 6 months and 2 days. But nobody gives two shits about it. Oh, oh. Thank you. Hello, Clark. Hi, Trevor. Das ist gemein. Lucille. Hi. Oh, Schaufenster. Hello, Mannequin. Hello. Oh, so, how is this? Trevor, my man. Gus, you're not dead. Of course I'm not. I'm living on the edge now. Who would have thought, huh? By the way, you're going to the Spire party tonight? No, I still have some stuff to finish here. Trevor, man, would it kill you to do something interesting for the audience? Once in a while? Sending to Ada and validate it. Don't be a fool, Trevor. Strengthen your control. Oh, god, it's furchtbar. Oh, god, it's furchtbar. I'm inside a video game? Space cadet, are you ready to infiltrate the secret Spectrex fortress? No, I'm not into video games anymore. We need you to defeat the evil Spectrex army once and for all. Move forward. Oh, was ist los mit mir? Admiral, where do I go? There's no way to... Space cadet, well done, space cadet. You'll rise in the ranks in no time. Das ist witzig, ey. Das ist so cool gemacht, das Game. Hm. Ach so, muss wieder runterfallen, ne? Ach. Ha! Es gibt keinen, komm! Ich kann nicht sterben! Jeet. Ah, ich muss weiter hier hinspringen. Geil. Ja, es ist wirklich ein Fiebertraum, aber ein cooler Fiebertraum. Das muss man mal schaffen, ein cooler Fiebertraum zu sein. Kann es sein, dass ich hier wieder runterfallen muss? Ja, witzig. Beware, Space cadet! Da ist ein evil Spectrex-Ship. Das ist geil. Kann es sein, dass ich auch wieder hier runterfallen muss? Ich glaube, ja. Jeet. Das ist witzig, ey. Oh, scheiße. So, das ist gleich nochmal. Und zwar, jeet. Nein! Oh, gut. Hier dann auch wieder drauf fallen. Auch das ist gar nicht so einfach. Aber ist egal, weil ich rutsche ja eh runter. Yes, look at this. Look at your girl! Jeet. 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 Yes. Wir sind finally free. Wir machen jetzt das kaputt. Ah, wahrscheinlich muss ich da oben dann auch drauf, ne? Gar nicht so leicht. So, jetzt. Oh nein! Jetzt. Okay, jetzt muss ich aber irgendwie wahrscheinlich hier drauf fallen, oder? Ja. Jetzt kommen die Credits. Das ist witzig. Oh, oh, also löschen wir gerade mein ganzes Gehirn? Lauf, lauf, lauf. Oh, was ist das? Ach, das sind die ganzen Fake-MPCs. Ah ne, das sind die Zuschauer, ne? Ihhh. Okay, was zur Hölle ist das hier? Lassen wir das einfach mal. Yay. Was runter. Ja, das seid ihr, diese Augen. Ihr macht ja gerade das Gleiche, nur dass es mir gefällt. Und ich weiß es weiß. Gott. Das bin ja nochmal ich. Hey Trevor, keep going, man. The exit's right there. Ja. Leave me go. Let me go. Wuhau. Wahau, wahah. Puh, wahah. Und das hat... takein quite a long time. How long have I been walking this way? Did the other Trevor send you? The exit's a little bit further, man. Ich glaube, die verarschen mich gerne. Ich glaube, ich muss in die andere Richtung gehen. Das kenne ich doch von Silent Hill. Wir kennen es alle von Silent Hill. Ich mache das jetzt wie Silent Hill. Bei Silent Hill gibt es eine Treppe, die ist unendlich lang und du drehst dich um bis wieder unten. Das ist ja furchtbar. Es gibt keinen Weg raus. No way out. Ja, die unendliche Treppe über Mario. No, 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 no. It's the other way around, Trevor. Ah, let's go. Ausgeträgst. Wow, 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 wow. You're not good American Arcadia material, boy. Oh mein Gott. Wo ich das wusste, ich habe schon sehr viele Games gespielt. Bei denen das so war. Scheiße. Oh Gott. Und deswegen dachte ich mir, dass es jetzt wahrscheinlich so ist. Das ist gruselig, hör auf. Geil, wie ich den disse. Scheiße. Das ist gruselig gemacht. Einen, mene, mecker als bei denen. Was? Witzig. So, warte ich mal. So, es ist vorsichtiger. Okay, wie mache ich das jetzt? Schaut er auch mal weg? There are thousands, just like you, locked inside our human zoo. So, ich nicht human zoo. You won't get out of Arcadia. You hear me? I won't die. I won't die. That doesn't even rhyme, you idiot. Das ist so geil, wie ich den immer weg niss. Witzig. No. Das ist gemein. 514.65, die größte nicht Interessante in Arcadia. Bitte, lass mich alleine. Oh, sieht aus, dass er er... ...in einem TV-Show ist. Was wird Joe average machen jetzt? Und das wichtigste, wer geht? Shut up! Du bist eine Schreckliche Person. Schrecklich, aber interessant. Unlike you. Ist auch ein bisschen so diese Kritik an Angst vor Irrelevanz, Social Media, Likes. Wer mag mich? Wer mag mich nicht? Bin ich langweilig oder nicht? So geil gemacht, diese... ...diese Rätsel hier, ist so cool. Nice. Den riesen Fernsehen. Ah, da komm ich, glaub ich, nicht rein, ne? Ja, da muss ich in die andere Richtung, in den anderen Fernseher im Prinzip rein. Da komm ich nämlich unten, glaub ich, raus, oder? Ne. Oder ist jetzt irgendwo was aufgegangen? Kann ich hier runter? Ah, da ist jetzt offen. Now, Trevor is inside the Grand Hotel sickness. Although he obviously can't afford it. Komm ich da rein? Ich lebe in Arcadia. Warum würde ich in einem Hotel bleiben? Oh, wow. Aber du kannst es auch nicht aufhören, glaubst du? Hm, wie komm ich da rein? Ich will mich das hier nehmen, ne? Mitnehmen! Den Fernseher und die Glotzer, die mich die ganze Zeit beobachten. Im Moonwalk. So hoch da und dann hoch da. So, let's go. Oh. What is happening? And another plan that fails. Good job. What is that now? Plan E? Plan F? Man muss jetzt wieder den Ding mitnehmen. Oh, Gott, echt? Oh, Gott. Kann ich den bitte nicht duplizieren, multiplizieren? Aber immer Moonwalk, ganz wichtig. So, und dann da hoch. Yeeten. Yay. Oh, gut. This place again. Definitely on a Clipshow. Trevor, this is not good American Arcadia material. Ah, jetzt kann ich hier rein. Das war der Verhörungsraum. Where are you going, Trevor? Why are you still trying when you know there is no way to escape from Arcadia? Mind your own damn business. Ja, aber wirklich. Who do you think you are? Some sort of action hero? You've been conditioned to recognize an acoustic pattern. You've been hearing it throughout your whole life. How do I go there? How do I go there? Oh, there is she. You've got an extreme sensation of well-being and comfort. You were born with it just like any other Arcadia system. Oh, Gott. Jeet. So the only way to escape from Arcadia is by pressing a failsafe button. Oh, stimmt. Der ist noch in ihrer Penthouse Wohnung, ne? Das ist ja wie Super Mario. Das ist ja wirklich. A failsafe button. Ach, der ist noch bei ihrem Penthouse. You'll be free of it in a matter of seconds. Ja. Freedom! Well done, Trevor. Okay, who is this? I am Angela Guardiana. Wow. A guardian angel. Ah, jetzt ist der Jingle. Das ist mein Happy Life. Geil. Where are you hiding me, Angela Guardiana? You are going to escape from Arcadia. Geil. And how am I going to do that? With the help of Kovacs, of course. Awww. Awww. Geil. Meine süße... Schildschöte. Awww. 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 We at zieh- Awww. Awww. Ich fühle mich nicht so gut. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Oh nein, ich bin glücklich. Trevor, was du hier machst? Das ist die Limelight. Der beste Disco-Club auf dem 15. Der R-Radio Spire. Ich bin glücklich. Wie ich mit Danze. Oh Gott. Oh Gott. I. Alles NPCs. Boah, jetzt habe ich alles aufgedeckt. Gruselig. Gruselig. Das endet heute, Vivian. Du hörst mich? Arcadia endet heute. Woh. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das Gefühl ist mutuell. Du bist eine Mediocre, Dull, Uninteressant Person. Und du bist RUINING EVERYTHING. Du bist richtig. Ich werde diese Stadt für gut ruinieren. Du hast keine Gutes. Trevor. Das endet heute, Vivian. Du hörst mich? Arcadia endet heute. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Jetzt können wir alle raus. Freedom. Trevor? Trevor, kann du mich hören? Trevor? Guck mal, die Kuppel ist weg oder? Will ich mir das eingehen? agi... ...oder meine. Boah, zehn Stunden. The other 23,413 Arcadian-born citizens? What about them? We will come back for them, but for now we must get you out. Sorry, but I'm not leaving. Not before I press that fail-safe button and take the Arcadia dome down. Trevor, listen, you are confused. You're talking nonsense. Please, turn off! Please, thank Angela for everything. Vielleicht wollen die anderen ja gar nicht raus. I waited for hours and there was no news from Trevor or number six. Nothing. I was thinking that our plan had got down the drain for the fourth or fifth time. Worst activist group ever. But then something happened. Something that nobody had taken into account. That I was the only one following Trevor's track camera. So schön mit dem Schnee. You gotta be shitting me. Eine Million Zuschauer hat der gehabt. Krass. Holy shit. Thank you. Thank you so much. Thank you. It is indisputable that times are changing and everything seems to be brand new these days. Brand new audiences with brand new interests that interact and communicate using brand new devices. At Walton Media, we believe American Arcadia needs to keep evolving and adapting. Many years ago, we expanded from free-to-air TV to a cable network. When the internet arrived, we grew from a television channel to a website. And now, smartphones are here. A new challenge. So, I present you the brand new American Arcadia Live app. Now you'll just be a click away from enjoying all the best American Arcadia content in your phone. You don't need to tune your TV or log into your computer anymore to enjoy a popular character crucial moment or that special event you've been waiting for for months. And don't worry about missing a thing. Because when anything interesting happens to your favorite characters, the AA Live app will notify you instantly. With its brand new real-time stream, you can vote live. You can comment live. You can be part of American Arcadia live. We are excited to bring all of the American Arcadia content to every user everywhere in the world at any time. Okay, you guys want to know a release date? Well, AA Live is available to download right now. And it's completely free. Oh, god, ey. Ja, jetzt suchten die alle noch mehr. Jetzt nicht mehr nur vorm Fernseher. Ach, da guck ich jetzt auch rein, ne? Da connecte ich mich jetzt. Eine Million. Witzig, die Kommentare. Witzig, die Kommentare. Das war gut. Jus Da gibt es etwas wirklich wunderschönes hier. Und dann habe ich angefangen, um die Dots zu verbinden. Wie war es möglich, dass bis dann ich nur Trevoren war? Und plötzlich, jetzt hat er mehr als ein Millionen Zuschauer. Es gab nur eine Person, außer mir, die wusste, wo Trevor war. Nummer 6 wusste viele Dinge über mich. Aber was weiß ich von ihm? Etwas nicht mehr. Also habe ich versucht, ihn zu schützen. Hm, also ist Nummer 6 vielleicht einer, der das alles faked. Ah, jetzt finde ich quasi, wo er ist. Ah, Nummer 6 ist in der Stadt. Ha, das heißt Nummer... No, 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 no. Ne Kavien-Dom. Nummer 6 ist inside Arcadia? Gott, ich bin so ein Idiot! Ich muss inside Arcadia, und schnell! Aber ich brauche eine spezielle Reise, um alle Zugang zu überprüfen. Und ich weiß, woher sie kommen. Also ist es im Prinzip... Trevor, ich komme. Bleib sicher. Und... Hi, mio mio! Also... Nummer 6 will selber ausbrechen. Oder Nummer 6 ist der Strippenzieher. Der wollte, dass nochmal richtig krasse Klicks reinkommen. Und benutzt mich einfach nur dazu, um wieder Action zu machen. Ein Instrument. Und... Was meint ihr? Ist das crazy genug für euch? Ha? Weil er wollte ja nicht, dass ich jetzt komme. Ich glaube, das ist alles gespielt damit... Boah, die View-Zahlen. Sore höher, als vorher? Sore höher, als vorher? Sore höher, als vorher vorher? Ah! Ha! Ha! Und das war mein 2. Crash des Weekends. Aber dieser war öffentliche. Oh, es war, ja. At least diese Zeit habe ich auf Grunde. Well, nicht genau, aber... Du weißt, was ich meine. Ah! Ah! I'm still here! It ends today! Arcadia ends today! Oh, Gott, ey! 1,5 Millionen Zuschauer. Holy shit, das ist ein Druck. What a crash. Oh, is he okay? Sad. Trevor has... Hey, ich glaube echt, dass das alles gespielt ist. Ich bin so gespannt auf den Plot Twist. Oh Gott. 1,6 Millionen. Holy shit. Team Trav war so geil. Der Chat. Voll gediegen, ich bin voll entspannt. Okay. Oh yeah, wie geil es aussieht. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Das sehe ich doch direkt, dass da oben ist. 2 Millionen. Geil. Wie witzig. Ja. Ich wollte das sagen, wir sind doch die. Oh yeah, you're right. How is everything? Good, good. You're going to the restaurant too? No, I'm going to the top of the Arcadia Spire to destroy the city. Oh. Okay. I guess I just got a little bit tired of the good old 70s. But hey, you two enjoy your dinner. Würde ich danach nicht mehr. Have a good night. Bye. Welcome to the top of the Spire restaurant. Excuse me, sir, do you have a reservation? No. I do not. What's got me into him? Geil, die Musik einfach und alles. Boah, wie riesig ist denn das hier? I hate that song. I hate it. There is. Ich hasse den Song, sagt er, ich bin den geil. Gott, was sind das denn für Gebäude hier? 2,3 Millionen Zuschauer, ey. Holy shit. Kameras immer drauf. Oh Gott, also so eine Fitness musst du mal haben, ne? Even my grandpa could jump that. Geil. GG, GG, 2,5 fast. Wup, wup, wup. Wap, wap, wap. Wap, wap, wap. Oh Gott. Oh, wo sind... Ah, das ist hier der Final Countdown, ne? Die Zentrale, Leute. It's the Final Countdown. What? I'm live? On TV? Really? Ach, jetzt sehe ich das erst. Listen to me for one second. American Arcadia Audience. This is not right. Your sole source of entertainment can't be other people's lives. Their lives belong to them. Our lives belong to... Es machen sie Werbung. Hahaha. Hahaha. Don't you cut to commercial work of engineering. Classic sunlight Chrome 166N. I'm not shooters. Dem ist so geil, einfach nur. Bla, 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 sagen die alle. No, so Trevor knows he's in TV-Show. He is in der TV-Show. Ach, guck mal. Die finden... Don't stop now. Who is this guy? Guck mal, die wussten nicht... Also die wussten, dass die Leute das nicht wissen, dass sie beobachtet werden. Wie pervers ist das denn? Wow. Oh, äh, Trevor is wreaking total havoc. If I wasn't so worried about him, I have to admit, I'd be enjoying this a lot. Gotta focus. I need the keys to any of these cars, so I can bypass security and make it to the spire before Trevor. Okay. Dann kommen wir zusammen. Bin jetzt echt gespannt, wer ein Number Six ist. Ist das hier eine Pizza? Ja, ist das eine Pizza? Mh, Kaffee. Kaffee. The Kaffee-Maschinen. Irgendwo muss hier doch was sein. The day the running started. Okay. Oh, hello. Sign Office. Die Schlüssel. Die nehme ich mir doch direkt mal mit. Hier, Stick. Das ist falsch. Was machst du hier? Bleib weg von mir. Bleib weg, oder... Es ist vorbei, Miss Solano. Geh nicht nahe. Was macht das Failsafe-Button? Lass die Schuhe, Miss Solano. Sag mir! Sag mir, oder ich werde dich schreiten. Ich weiß, wenn jemand hat, was es braucht, um den Trigger zu holen. Just by looking in their eyes. And you don't have the guts. Wie bei ihm. Wie geil. Ich hab's gemacht. Oh, der ist so ein Actor. Oh, der ist so ein Actor. Okay. But if you want to make sure that nobody leaves this city, I am your man. Okay. Cut. How is that? I can do it in a different style, if you like. More like T-1000. You know? Cold and ice. Maybe a Tommy Lee Jones in the Fugitive vibe. I can do whatever you need. Uh, yeah. We'll get in touch with you in any case, Mr. Robinson. Does that mean that I got the part? Or, uh... Um, we still have to make a decision, Mr. Robinson. Please return the jacket to the wardrobe department when you leave. Oh. Yeah, 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 for sure. I'm ready whenever you need me. Okay. Is this guy, I have so, so nice voice. How cool. Oh, man. I never should have taken this job. Listen to me. I still have two more shots in this thing, so you better start spilling the beans or I'll fry your balls. No, 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 take the pen drive. Everything is there. What? Pathetic. I better check what's inside this pen drive. There's a computer right there. Okay, jetzt bin ich gespannt, Leute. Kein Bürger von Arcadia ist während der Aufzeichnung dieser Bilder zu Schaden gekommen. Das fängt schon mal nicht gut an. Drei Millionen, ey, what? I'm bursting with energy. Steven, Steve, nah, I don't see it. Steve is Trevor, Trevor. Luxury. Haha, okay, so witzig die Kommentare, ey. Oh boy, the Steve's just penthouse. Holy shit. Das penthouse von dem Steve. Macht da gar keinen Spaß, da zu leben, wie groß es ist. Furchtbar. Viel zu groß. Hey, 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 calm down, man. Calm down. Get out of my way. Take it easy, buddy. Don't do anything stupid, all right? I said out of my way. Do you know who I am? I'm Steve Just. You're in my... I told you to get out of my way. Oh, and by the way, Arcadia is a TV show. So say hello to your audience, you spandexwearing idiot. Oh, der wusste es auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich am Ende der Einzige bin, der es nicht weiß, ne? Und am Ende wissen es alle, außer ich, nicht. Oh no, he's going to Vivians Pet House. Do they have cameras here, too? Holy shit. Oh god, 3,2 Millionen. Technically, he's already out of Arcadia. Oh my god, he punched Steve Just. I shouldn't be laughing. This is serious. Good to see you, sir. Thank God for tinted windows. 10-392 is inside, sir. We got all our units after him. Thanks for the info, assholes. Oh, may the Waltonmobile rest in peace. Well, at least I know I'm on the right track. Back on track. Cool. Geh ich da auch rein, oder wie? Dann sehen wir uns ja das erste Mal live. Er kennt mich ja noch gar nicht. Dann bin ich ja auch am Livestream. Hmm. Fahr ich jetzt direkt hoch? Hup. Geil. Wie witzig. Aber wer ist Nummer 6? Kendra, ich bin ein bisschen in der Zeit, also... Aber das würde mir helfen, also... ...witzig. Walton Media. Und oh boy, I guarantee you I am suing all your asses. So I quit. What? Und jetzt, wenn ich nicht für Sie arbeiten, hier ist etwas, ich wollte Ihnen ein bisschen dünn. Du bist ein despotisch, egotistisch und schrecklicher Mensch, und der Schlimmste Böse, der schlimmste Böse, der ich überhaupt hatte! Du solltest das sofort zurückgehen, oder... Oder, 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 oder was? Ich arbeite nicht mehr für Walton Media. Also, was sollst du mit mir jetzt machen, oder? Du schädigst, corporatistischen Lacky? Wie schreitst du? Ich werde... Geh dich auf! Genau! Gott, das fühlt sich toll! Meine Chefin war das. Okay, 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 let's focus. Trevor, where are you now? Ganz oben an der Spitze. Oh Gott. Oh Gott, wie weit oben ist denn das? Das ist ja furchtbar. Ich hab schon 3,5 Millionen Zuschauer. He's out the dome. Nice view. Operation Liberation. Next stop Vivians Penthouse. Anyone knows if Steve is fine, weil Steve eine die Fresse bekommen hat. The fourth wall is officially broken. Ah, guck mal, da ist sie. Die vierte Wand ist durchbrochen. Wie witzig. Jetzt bin ich im Livestream. Ja, wie geil! Hier! Schau an mich! Oh shit, er kann mich nicht hören. Geil. Uuuuh. Also wissen die Zuschauer, dass wir alle nicht wissen, dass wir gefilmt werden eigentlich, ne? Okay. Okay. Uuuuh. Hallo. Wo muss ich denn... Ach guck mal, da hat sie auch gearbeitet. Werden alle überwacht. Die haben alle gearbeitet, die Schweine. Schöne View haben die hier. So, wo kann ich das jetzt einstecken? Hier. Ach krass, er hat ja was gesehen, was wir nicht gesehen haben. Es wird jetzt live gestreamt. Ah. Wish Trevor doesn't have fear of heights. Ja, für einen. Ja, das stimmt. Das ist jetzt scheiße. Uuuuh. Ich bin in der Penthouse-Wohnung von der... Ey, viel zu groß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde mich da gar nicht wohlfühlen bei so riesen Räumen. Ja! Push the button! Ja! Push the button! Ich würde euch erzählen, dass du diese letzten Minuten genießen möchtest. Weil dein Lieblings-Show... ... wird heute kanzelt. Vier Millionen. Es passiert nichts. Oh Gott, ich glaube, ich bin wirklich der Einzige in der Show. W- Na... Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Aber jetzt zeigt sie... ... 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 Ach guck mal, die wollte jetzt nämlich die Wahrheit zeigen. Die haben das jetzt einfach anders dargestellt. Ich dachte schon. Ich habe das jetzt einfach gesagt. Er ist einfach ein verdammter Arsch, für Gott. Hold' bitte ein Sekund, Trevor. Ich weiß nicht. Ich werde ihn mit ihm sprechen. Ich habe gesagt, ich mit ihm sprechen, okay? Wir finden einen Weg. Jesus, ich bin mit Idioten. Was in der Hölle ist das? Ich habe dir gesagt, die einzige Weg zu weg von Arcadia ist, indem ich den Fehlsafe-Bundschirm abbeizern. Also, hier sind wir. Hier sind wir. Das ist Escafe von Arcadia. Das spinoffende, brand-new, American-Arcadia spinoff, in dem die Mitglieden endlich begrennt die vierte Wall, und zu den outsideen Welt. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der erste offiziell Arcadia-Fugitiv. Du wirst nicht so glücklich, wenn wir alles, was du gemacht hast. Breakout weiß alles. Ich würde nicht viel faith in Breakout... ...doing alles. Aber gut mit dir, Trevor. Oh mein Gott. Ja, das recht. Ja, das recht. Wenn wir rauskommen, haben wir einen Breakout gefunden. Wir versuchen, gegen Walton-Media zu kämpfen. Und wissen Sie, was passiert? Nachdem ich ein paar Jahre altes in der Welt leben, habe ich mich zurückgebracht. Und als Don Walton sterben, und die Firma brauchte eine neue Gesichter, um mit dem Publikum zu re-Connecten, auf die Welt zu ver-Connecten, die Elijah-Walton zu ver-Connecten wurden. Und sie bekommen eine gewisse TV-Höste für American-Arcadia für den gleichen Preis. Du bist ein Verkauf. Du hast das für Geld gemacht? Auch wenn du hier warst? Hey, das war nicht nur ich. Die sechs von uns erreicht haben, eine Angelegenheit, eine Angelegenheit, die beide Seiten betrachtet. Und um zu sein, eine Angelegenheit, eine Angelegenheit, eine Angelegenheit, eine Angelegenheit, eine Angelegenheit, eine Angelegenheit, eine Angelegenheit. Und von der Angelegenheit, ich war nicht falsch. Du solltest die Angelegenheiten sehen. Wooh! Durch den Roof! Mein Gott, wie... wie... wie hätte du alles getan hast? Trevor, ich glaube, ich glaube, du hast die ganze Bildung. Angela hat dir gesagt, wie es ist, da? Angelegenheit, 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 politische Korruption, die Krankenhäuser, Gott, ich dachte, ich war in eine Kage, aber als ich rausgehe, ich habe, ich habe, in Eden zu leben. Ich will nicht. Ich will, ich will, eine reale Leben. Ich will, du wirst, du wirst, du wirst? Ich will, du wirst! Out! Wo? Schau dir? Wenn du gesehen, in Arcadia, du bist schon rausgehe. Oh, und gut, denn es ist 2023 und du bist fast, 30 Jahre alt. Du hast keine employable Skills und du wirst nichts über die reale Welt. So crazy. So, das ist es, Trevor. Du bist frei, zu gehen. Bye-bye. Oh mein Gott, das ist so crazy. Oder, 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 oder. oder, oder, oder. oder, ne, quy 1000, oder. Ja, oder, 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 Die größte Person in Arcadia zu verabschieden deinen Scheuern? Trevor, ehrlich gesagt, ein Sorry-Ass-Edited-Video wird nicht zu verhindern, dass die Erkauf von Arcadia zu werden. Die Publikum ist schnell zu vergessen, besonders unsere. Wir haben gesagt, wir haben viel Zeit und Geld investiert in diese Publikation-Stunt. Und wir wollen die Show nicht auf der falschen Fülle beginnen. Also, mein Tipp, von einem Arcadia-Fugitiv zu einem anderen? Herr, take the big pile of money, say thank you and leave. Think about it. Yeah, I think we're good. Huh, yeah, yeah, I believe he's ready to talk. Hello, we're back, live from the top of the Arcadia Spire. As promised, Trevor Hills, our first Arcadia fugitive, has something to clarify about his exciting run. Trevor, why did you do what you did in that moment? Oh, that, yeah. I've got that on the sauce. Well, Vivian made a poor choice of words. Do the right thing here, son. Don't be a fool. Leave me the fuck alone! Nach zwei Tagen auf der Flucht wurde Trevor endlich aus Arcadia entlassen. Trotz seines Ruhms genießt er jetzt ein ruhiges und entspanntes Leben. Angela Salano verklagte Walton Media wegen sittenwidrigen Verklagsklauseln und Datenschutzverstößen mit dem Geld aus dem Ver... Oh, das ist so schnell weg. American Kette Flucht aus Arcadia sind immer noch auf Sendung. Heute sind die Einschaffsboten beider Sendungen höher als je zuvor. Shit. Also sind wir rausgekommen. Gab's da verschiedene Enden oder wie sieht das aus? Ich weiß es tatsächlich nicht. Deswegen lasst uns mal den Abspann abwarten. Und gucken. Guck mal, da bin ich. Trevor Hills, New Look. Ey, der sieht voll fesche aus. Seht ihr? Richtig fesche Boy. Witzig. Ey, also ich muss sagen, geniales Game. Tolle Stimmen, tolles Design. Die Level haben Spaß gemacht. Diese Abwechslung zwischen nur 2D-Bewegung und 3D-Bewegung und Hacking und ihr. Mega cool. Ich hätte mir am Ende trotzdem noch gewünscht, dass die beiden irgendwie aufeinandertreffen und zusammenkommen. Da sieht man aber, die Katze und die Schildkröte sind zusammen. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie hoffentlich auch zusammen sind. Und ich habe gerade erfahren, dass am Ende noch etwas kommt. Deswegen sehen wir uns auf jeden Fall gleich zum Abspann nochmal. Thanks for watching. Aha, das war also... Be cool. Did you hear Vivian's last statement? You think they're really gonna sue? Nah, I doubt they'll want to go to court again. They definitely know that everything in our documentary is the truth. So, this is a stalemate. Yeah, I guess it is. You know what still amazes me? How could Vivian experience the same shit that you did and still sell her soul? Well, she didn't have you. Aww. Look at you. I knew that deep down you're nothing but a big sweet teddy bear. I never said I'm not affectionate. It just takes a little while for me to let people in. Hey, stop picking on me, okay? That thing you wanted to see is starting. Oh, talking about selling a soul. My name is Steve Jest. I was the most popular person in Arcadia. Wow. Steve Jest has been trevorified. Recently I found out the truth. You didn't find out anything you jackass. I told you. After you punched him in the face, which I have to hit the super hilarious. I'm not exactly proud of that. My life had been nothing but a lie. Now I'm the alien is Kovacs. I help others. Kovacs? Oh, come on. They even stole that from us. Let's come up with something original, you assholes. Escape from Arcadia. Sunday at 8 p.m. What a crock of shit. They left already. Turn it off, Ange. Jetzt haben sie einfach die Geschichte geklaut. Wie geil. Na, was ein befriedigendes Ende, weil die beiden sich doch noch gesehen haben, entkommen sind. Aber saß sie am Ende nicht in ihrer alten Bude in Arcadia. So sah es zumindest aus. Jedenfalls super tolles Game. Ich sag's ja immer, diese Juwelen wie American Arcadia, das sind Games, die werden nicht so extrem groß krass angekündigt. Die muss man auf dem Schirm haben. Umso happier bin ich, dass wir es heute gespielt haben. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu dem Spiel und was ihr so für Theorien hattet und was am Ende rausgekommen ist. Ich sag wie immer, danke für alle, die zugeschaut haben. Danke an Likey und meinen Chat, die mir geholfen haben. Schön, dass ihr alle da wart live. Kommt gern auch live vorbei an den Link www.hitsprung.tv-live. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zum nächsten Video. Über viele Daumen nach oben und Abos würde mich freuen. Und über Kommentare, das ist immer gut fürs Video. Und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall.